Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Gepflegt Motorsports. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und ja, ich kann schon jetzt sagen, es wird wunderbar. Ich sitze in einem BMW M3 mit 510 PS und bin verabredet mit meinen Freundinnen Yanki und Steffi, weil ihr darum gebeten habt. Ich freue mich extrem auf dieses Video, weil Yanki und Steffi, ich liebe sie einfach nur. Das wisst ihr. Ihr liebt sie auch, das weiß ich. Und deswegen habt ihr gesagt, Yes, Matthias, wir wollen mehr Videos mit Yanki und Steffi. Und ich glaube, dass sogar bei den Kommentaren eins der meistgelikten war. Matthias, fahr mit denen bitte auf die Nordschleife. Euer Wunsch ist mein Befehl. Yanki, Steffi und Matti auf der Nordschleife. Ich sag mal so, das kann was werden. Ich weiß noch, wie ich vor 85 Jahren das erste Mal als Beifahrer auf der Nordschleife war. Ich hab mir wirklich in die Hosen gemacht. Jetzt sind wir ein paar Jahre später. Ich hab die Strecke auswendig gelernt. Also Steffi und Yanki sind auf jeden Fall auch auf dem Weg. Ich hab ihnen gesagt, film doch mal so ein bisschen. Was dabei rausgekommen ist bei dieser Anfahrt zum Nürburgring von den beiden Ladies, das seht ihr jetzt. Zum Nürburgring fahren wir. Ehrlich gesagt, ich kann es selbst kaum glauben. Aber das Votum war ja klar nach dem letzten Video, was als nächstes kommen muss. Ich dachte, dass wir vorher vielleicht nochmal ein bisschen um die Ehrenstraße fahren. Ich hatte das natürlich auch gewünscht. Das ist ja das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Aber die Ehrenstraße, da darf man jetzt nicht mehr. Also da ist jetzt verboten. Da ist ja alles in der Fußgängerzone. Alles wird zur Fußgängerzone. Das ist ja wirklich ein Graus. Also mir persönlich, ich finde das ja grauenvoll. Was uns natürlich unter den Nägeln brennt heute ist, mit welchem Auto wir wohl fahren werden auf der Nordschleife. Und Matthias hat ehrlich gesagt nichts verraten. Gar nichts. Gar nichts. Außer, dass wir alle zu dritt fahren können. Was natürlich auch die Modelle schon etwas einschränkt. Richtig. Also ein McLaren wird sich nochmal. Wir haben ja schon drüber geredet. Aber ich wünsche mir schon eine sehr, sehr geile PS-Maschine. Und ich hoffe wirklich sehr, dass er uns nicht irgend so ein Elektroauto entstellt. Was hast du gegen Elektroautos? Weil ich sag mal eins. Da bin ich jetzt hier auf Sportstelle, Janka. Was wäre denn dein Wunschauto für heute? Mein Wunschauto für heute, Janka, wäre was sicheres. Ich kann aber sagen, was ich vermute. Ich vermute, es ist ein BMW. Wie kommst du darauf, dass es ein BMW ist? Wegen Matthias. Also da wir zu dritt drin sitzen können, haben wir uns ja auch schon kurz gefragt, ob er uns vielleicht mit dem Multiplan heute geglücken wird. Und wie schön wär das, ne? Wie schön wär das. Ich hoffe ja ehrlich gesagt so ein bisschen, dass wir die Einzigen sind, die da heute fahren. Dass wir also die Nordschleife exklusiv haben. Weil ich muss sagen, also bevor ich am meisten Angst habe, sind die anderen Autofahrer. Nicht der Matthias, sondern die anderen Autofahrer. Der Matthias, ne? Der kennt die Nordschleife auch wie seine Westentische. Genau. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Das ist eine ganze Zeichen Nummer. Genau. Jedenfalls, was mich beruhigt, Steffi, habe ich dir auch schon gesagt, ist, dass Matthias mir dieses Jahr mal erzählt hat, dass wenn er abends nicht einschlafen kann, er in Gedanken die Nordschleife abfährt. Und dass er noch nie die Nordschleife quasi im Schlaf zu Ende gefahren ist. Dass er immer vorher einfach wegpuft. Er ist einfach im Flow. Er kennt diese Strecke in- und auswendig. Er ist voll konzentriert bei der Sache. Und dann können alle anderen Gedanken vom Tag, die sind dann wie weggeblasen. Ich habe mich ein bisschen informiert vorher über den Nürburgring. Hast du dich nicht vorbereitet, Steffi, außer physontechnisch? Mental. Jedenfalls habe ich gelesen, dass der Nürburgring eine der anspruchsvollsten Rennstrecken überhaupt ist. Jede Handlampe, die einen Führerschein und eine Kfz-Zulassung hat für sein Fahrzeug, kann auf dem Nürburgring auch fahren heute. Ne? Das sollte uns zu denken geben. Sollte uns zu denken geben. Aber Matthias hat ja schon gesagt, er sieht immer schon von ganz weit voraus, was der jetzt macht. Wir brauchen ein Safe-Word. Habeck. 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 Habeck ist das Safe-Word. Und übrigens, was mir auch noch aufgefallen ist, Matthias hat ja gestern, bevor es losging, noch so ein Bild geschickt vom Nürburgring. Sag mal, hast du dir das mal richtig angeguckt? Sieht doch total merkwürdig aus. Mir missfällt das da. Ja, genau. Das ist nämlich wie so ein kleiner, ekliger Stummelschwanz von so einem Nackmull hintendran, das ist die Grand-Bruge. Die haben Nackmull eine Stummelschwänze? Ja. Die Strecke ist das hier. Die Nackmull ist doch einfach so komplette, so. Das ist einfach, die Nordschleife sieht einfach nur fies aus hier vorne dran. Guck dir das doch mal an. Woran erinnert dich das? Einfach da dieser Mund? Ja, das ist ein Wildschwein. Wie von so einem ekligen Fisch oder so? Hast du dir das Wildschwein gesagt? Ein Wildschwein? Und dann diese Nase. Da dachte ich, an wen erinnert mich das? Und an wen erinnert sich? Mr. Burns. Wie so ein Rorschach-Klecks. Man guckt sich das an und dann musst du was assoziieren, Stefanik. Was assoziierst du? Was sagt das? Sagt, ich hab Angst. Aber wie schön das hier ist, ne? Aber... Ja, warum wohnen wir dann eigentlich nicht in der Eifel? Ach ja, weil kein Empfang ist seit einer halben Stunde. Misch. Der Autor heißt Misch. Hallo an alle, die im Misch wohnen. Ihr Mischis. Entschuldigung. Also mal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich da sind. Worauf legen wir uns fest? Ich sag, wir fahren BMW. Ja, ich bin mir unsicher. Ich hoffe wirklich, dass es ein Verbrenner ist. Und zwar ein richtig geiler. Das nennt man hier Fishing for Likes, ne? Was du hier machst. Das stimmt gar nicht. Das stimmt. Aber es macht einfach viel mehr Bock. BMW würde mir auch gefallen. Vielleicht fahren wir mit dem M2. Meinst du? Mach mal ein richtig gutes Z-Danietsjacke an. Boah, ich freu mich. Alter, weil ich erstens Nordschleife und zweitens mit den Elektroauto-Mädels. Alter, das wird so heftig. Man kann ja da eine Runde fahren, so normal. Wie, als wenn das eine Landstraße wäre. So wie jetzt. Kann man ja auch über die Nordschleife fahren. Ist ja nicht verboten. Musst du ja nicht im Renntempo drüber fahren. Ganz im Gegenteil. Es sind Touristenfahrten. Das ist eine öffentliche Mautstraße. Also man kann da touristisch drüber fahren oder man kann da drüber hämmern. Und wir werden halt mit diesem 510 PS Hammer da drüber hämmern. Logischerweise. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich ist ein totaler Abstieg. Wahrscheinlich denken die so, ey, was ist hier los? 765 PS sind wir gewöhnt. Wieso kommst du hier mit so einem 510 PS Ofen an? Das ist zu wenig Leistung, Matthias. Wir wollen mehr Leistung. Matthias. Hi. Hi. Wo seid ihr? Wir sind 11 Minuten entfernt vom Bründchen. Dann bin ich ja vor euch am Bründchen. Dann treffen wir uns an der Nordschleife. Also am Devil's Diner. Okay. Alles klar. Let's go. Wer erst der da ist. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. 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 Wieso habt ihr so gute Laune? Schnaps. Führerscheine braucht ihr nicht. Ich fahr ja. Du erkennst uns an den roten High Heels. An den roten High Heels? Und den Hotpants. Also bis gleich jetzt, ja? Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Äh. Hotpants und High Heels. Okay. Gestern in dem Chat wurde nicht nur diskutiert, welches Auto und wie gefährlich wird das und müssen wir anschnallen. Die beste Frage war glaube ich von Steffi, fahren wir da schnell? Äh. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeregt, danke. Ja? Für mich ist es noch so ein bisschen unwirklich, muss ich sagen. Boah, das ist ja hier eine Anlage, ne? Riesengroß. Ist das eigentlich der Hauptpreis, wenn man hier irgendwie direkt an dieser Rennstrecke wohnt? Ist das nicht einfach laut, die ganze Zeit? Die wollen alle auf die Nordschleife? Auch mit diesem VW ab, da ist wirklich ein VW ab. Hinter uns sind Menschen mit Helm. Drei. Naja, weil es Anfänger sind deshalb. Also gibt es da eigentlich so ein Maximum an Personen, die irgendwie auf der Nordschleife fahren dürfen? Ich weiß ja gar nicht, zahlst du für Zeit oder zahlst du für Runden, die du fährst? Für Runden. Wenn du eine Runde gefahren hast, fährst du runter. Dann fährst du auch nicht für sieben Minuten hier hoch. Ciao. Mach mal was richtig Gutes. Okay Leute, ich glaube wir sind die einzigen Frauen hier. Die wollte gerade sagen, ne Beifahrerin gibt es viele Frauen. Oh ja, stimmt. Also Leute, ich sag mal so, sowas habe ich jetzt auch schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt. Jetzt stehe ich hier von innen heraus sozusagen in so einer riesen Schlange. Vor mir sind 30 Autos. Ganz normaler Donnerstag, Digga. Seid ihr das in diesem weißen Ioniq 5, sag mal, die ihr gerade auf dem Parkplatz fahrt? Ja. Wo bist du? Ich bin 20 Autos hinter euch. Auf dem Parkplatz müsst ihr fahren. Irgendwo hin, wo P steht. B wie was? B wie? Park. Parkplatz? Korrekt. Gut diese. Gut diese sind wir jetzt. Warte, ich bin so gespannt, was du für eine Karre fährst, Matthias. Ich halte... 20 Autos. Ich halte das nicht aus. Haltet im Kopf nicht aus. Im Kopf halte ich das nicht aus. Ich finde euch. Hallo. Geile Karre. Ich freu mich mega. Freut ihr euch wirklich? Er ist matt, matt. Ihr habt ja Angst. Ich hab gesagt, er ist matt. Er ist matt. Und Janka freust du dich? Sag doch mal. Es ist einfach so krass, wirklich. Ist geil hier, oder? Janka. Riecht das Benzin. Bisschen am Riechen dran. Aber mit BMW lagen wir ja jetzt nicht mal. Ja, ich wollte gerade sagen. Das haben wir ja gesagt. Was habt ihr gesagt? BMW haben wir ja gesagt. BMW haben wir ja gesagt. Porsche hätten wir uns gewünscht, aber für drei Personen vielleicht zu klein. Ja, hätten wir einen Taycan nehmen müssen oder einen Panamera oder sowas. Das wollten wir nicht. Ja. Das ist ein M3 Competition. Competition steht für was? Für schnell. Für Competition. Für Competition. Okay. So, Mädels, seid ihr bereit? Habt ihr Bock? Jawoll. Sind das jetzt auch so mega sichere Sitze, Matthias? Ja. Offen gesagt ziemlich überrascht, was hier für ein Betrieb ist. Ja, ne? Ich auch, ehrlich gesagt. Wie viele Leute dürfen maximal ... Die sind geil. Hi! Findest du eigentlich, dass es hier eher weniger Frauen gibt als Männer? Also ihr beiden hebt den Schnitt auf jeden Fall krass an. Oh, ich hab grad ein bisschen ... Also gerade, denke ich mir so, voll die richtig gute Idee auf jeden Fall. Wie viele Leute dürfen maximal gleichzeitig auf dieser Rennstrecke sein? Boah, das weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall verteilt sich sehr, sehr gut. Verteilt sich gut? Ja. Warum finden alle eigentlich dieses Auto so geil? Ja. Warte mal. Das werdet ihr gleich merken. M3 Competition. Richtig. Schön abgelesen. Sind wir jetzt schon direkt auf der Strecke? Also hinter der Schranke da vorne? Im Ernst? Ne, ich dachte, jetzt fahren wir mal schön starr. Ich wollte noch ein paar Dinge besprechen. Ja, kannst du ja jetzt. Ja, du kannst doch jetzt nicht einfach mit uns durch die Stranke fahren da und dann geht's los. Doch, doch können wir. Oh Gott, ich muss sperren. Alter, haben die alle ein Fahrsicherheitstraining gemacht? Haben die eine Fahrerlizenz? Nein. Der da aus Duisburg mit dem Hyundai. Der da aus Norwegen, der hat gerade an der Schranke sein Motorrad absaufen lassen. Alter, warum sind hier Motorräder ... Boah, Diggi. Der ist schlecht. Der ist mir grad richtig schlecht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Was ist da los? Der ist ja mal schön. Der hat den Kopf nicht eingezogen. Junge, Junge, Junge. Falsche Lane, würd ich sagen. Oh Gott, ich dachte, es dauert jetzt noch voll, bis wir da sind. Ich hab das auch gedacht. Es dauert jetzt bestimmt auch noch, äh, ungefähr zehn Sekunden. Oh Gott, Alter, das ist doch nicht nett. Boah, ich dachte ... Oh Gott. Wie viel PS hat das Auto, Matthias? Das hier hat 510. Ah ja, okay. Sind wir ja Besseres gewohnt. Ich hab es vermutet. Ohne Quatsch. Als ich auf dem Weg war, hab ich so gesagt, ja, wahrscheinlich sitzen die jetzt im Auto und denken sich, oh, also beim letzten Mal hatten wir ja 765 PS, da müssen es ja jetzt mindestens 800 sein. Ja, aber die könnten eigentlich ganz aus ... Nein, das dachten wir natürlich nicht. Das dachten wir nicht. So was würden wir nicht sagen. Also wir hatten ja ein bisschen auf Porsche gehofft, wie gesagt. Ja. War aber ja ... oh mein Gott. Janka, da ist hier jetzt schon der Start. Alter ... Oh Gott, ich kotze ab. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Ja, okay, let's go. Halt mal jetzt mal langsam an, oder, Matthias? Was ist das? Sollen wir langsam fallen? Oh Gott. Das Safe-World heißt Habeck, okay? Boah, Alter. Was knoppert da so? Hier, da schloss du. Oh mein, schloss du. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn fest. Oh, Alter. Hier ist 30, oder? 73 Kurven, nur noch 70 Leute. Janka hat sich ein bisschen eingelesen. Ne, nicht gut. Die Frage ist, solltet ihr erstmal eine Tourismusrunde fahren und dann geben wir Knallgas? Aber glaubst du, nach der Tourismusrunde machen wir noch eine Runde? Ich glaub schon, ja. Janka, was meinst du, wir machen einfach einmal durch, oder? Zwei Kilometer? Ich kann nicht mehr reden, ich möchte auch nicht mehr angesprochen werden. Ich weiß gar nicht, ob ich leben kann. Holy Shit! Der hat ein Blühstirr neben sich sitzen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte, ist. Alles gut, Mädels? Super. Drei Kilometer, wie viele Kilometer sind's? 20. Oh mein Gott. Ist das schnell. Das ist sehr schnell. Matthias. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, dass ich so braun bin vom Urlaub. Gut, dass ich keine Pommes mehr gegessen habe. Also ich müsste sagen, wenn ich's langsamer machen soll, ne? Also wirklich, ganz im Ernst. Lieber tot als Zweiter. Der Rundenrekord liegt bei sechs Minuten. Nein, das soll ja Spaß machen. Ja, macht ja mega Spaß. Schon gut, oder? Ich hab so ne gute Zeit, Leute. Ich würd's ja gar nicht was richtig Kluges sagen. Warum fährt der mit einem Passat aus Plö? Hier über die Nordschleife, ist Plö. Jeder darf mit, wenn das Auto Straßenzulassung hat, darf. Rein theoretisch könnten wir auch mit dem Multipler fahren. Weiß der, was die Fahnen bedeuten? Der da? Ja. Der hat doch schon rechts geblinkt. Der hat doch schon rechts geblinkt. Der hat schon rechts geblinkt, das war schon mal gut. Also hat sich perfekt verhalten. Das hier ist die Fuchsröhre. Da fährt man normalerweise viel schneller durch. Aber wegen dem Moppelzahler vor uns. Da ist so ne richtige Kompression. Hier fährt man normalerweise über den Körb drüber. Der hat leider... Der kennt vielleicht die Strecke nicht. Der weiß auch nicht, dass ich hinter ihm bin. Ja, das stimmt. Also fahren wir erstmal so ne Runde gemütlich, oder? Wie gefällt es euch bis jetzt? Mega. Also macht schon Spaß. Jetzt sag mal ganz im Ernst. So, lässt dich. Muchas gracias. Spanier. Ja. Ja? Spanier mit Weseler-Kennzeichen. Das ist eine 1A-Kurvenlage. Aber so hinten drauf auf dem Moped, ne? Oh, das würde mich stressen. Ja, mich auch. Also mit dem Motorrad würde ich das niemals machen. Ey. Deswegen ist, ich weiß auch nicht, ob sie mich gesehen haben. Weil die sind aus Italien und die haben noch nicht geblinkt. Wofür haben die denn den Spiegel? Ja, das ist halt leider. Heißt, rechts blinken. Wir haben dich gesehen. Fahr vorbei. Ja, ja. Also normalerweise muss da keiner blinken. Ich bin gleich schon wieder heißer. Also die Kurse funktionieren schon mal? Ja? Ja. Ja. So, jetzt kommen wir hier zum Bärseifen. Das ist eine sehr, sehr schöne und sehr langsame Strecke. Weil das hier ist die engste Kurve. Janke, alles okay hinten? Aber man hat ja auch eine schöne Aussicht hier, ne? Muss man ja sagen. Man kann ja wirklich schön gucken. Die 70 hier gilt nicht, oder? Nee. Nee. Warum steht das denn dann hier? 50? Ja, das ist für andere Gäste. Ja, das ist für andere Gäste. Anfänger. Jetzt sind wir am topografisch tiefsten Punkt der Strecke. Aha. Habe ich gemerkt. Ich habe echt Druck auf dem Ohr. Jetzt geht es aber gleich wieder steil weg auf hier. In der Kurve hier links ist der Unfall mit Niki Lauda passiert. Aha. Aha. Boah, ich bin so froh, dass ich meinen Magen leerse. Ganz ehrlich, ey. Da ist wirklich, ähm... Ich bin so traurig, dass ich nüchtern bin. Das war der C63, der direkte Konkurrent hier von dem als Coupé. Ja, nimm das, C63! Nimm das! Das lag jetzt nicht am Auto. Oh mein Gott. Natürlich nicht. Hier, diesen Windgrünen da, ne? Den holen wir uns. Den holen wir uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Waren wir schon an der schlimmsten Stelle? Gibt es eine schlimmste Stelle? Nein, nein. Also das war gerade schon, diese eine Kurve war schon schlimm, sage ich jetzt mal so. Aber ihr könnt ja nachher mal sagen, was sie am schlimmsten fandet. Ja, immer dieses Haufen runter, dieses Entlasten, das ist halt immer schlimm. Und was halt auch immer schlimm ist, wenn man jemanden überholt. Also er ist auf der einen Seite natürlich schön, auf der anderen Seite denkt man sich, oh mein Gott, hoffentlich macht der nichts falsch, ne? Oh mein Gott. So lese ich jetzt mal eure Gedanken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier Spanier, hab ich doch gesagt. Down. Der kommt aus Down. Oh. Oh. Stickos. Okay, wir sind die einzigen ohne Helm. Alles klar. 15, da sind wir ja schon 5 Kilometer durch. Ja. Sind das Car-Spotter, die da immer fotografieren? Ja, genau. Es ist das geilste Orbi der Welt, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub die Kamera ist aus. Ne, ne. Oh. Ist das das Brünnchen? Ja, ist das Brünnchen. Ach guck mal, ne? Guck mal. Habe ich mal antizipiert. Kollege. Ich bin bestimmt nicht mit dir. Oh. Oh. Spürst du auch irgendwas von diesen Kräften, Matthias? Ist ja klar. Aber ich weiß halt, wann die Kräfte kommen. Aha. Weil ich erst die Stichstrecke kenne. Und zweitens kann ich mich am Lenkrad festhalten. Und ich weiß halt, wann ich am Lenkrad drehe. Und immer wenn ich am Lenkrad drehe, weil nicht das Kraft kommt. Jetzt wird's nochmal lustig. Achtung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub, ich hab kein Blut mehr im Kopf. Oh, das ist hart. Gute Bremsen, ne? Ja, sehr, sehr gute Bremsen. Können wir die Klimaanlage anmachen? Ist an. Aha. Ist die da hinten an? Also da hinten in der Mittelkonsole müsste so ein Knopf sein. Oh ja. Kann man on und off. Ist die da off oder was? Kann ich mal reden. Boah, ist das so schön. So, jetzt kommt das kleine Karussell. Karussell finde ich richtig gut. Haben wir schon das große gemacht? Oh Gott. Ja, das große war das, wo die Spanking war. Also wo die Spanking gingen. Ja, ich erinnere mich. Ja, es gibt keine längere. Und ähm. Da hätten wir jetzt mal schön heizen können. Also im Rennen fährt man hier halt geradeaus voll Gas durch. Ja. Das ist halt schon krank. Also. Puh. Wer hat noch Schweißhände? Äh. Jetzt bin ich gerade ein bisschen geschafft, ehrlich gesagt. Aber schön geschafft, oder? Oh, ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob ich zurückfahren kann, weil ich wahrscheinlich auf einmal so müde sein werde, dass ich einfach so mache. Ich habe zu Janka gesagt, ich hoffe auf die schnelle Ohnmacht einfach. Ah, okay. Aber war das jetzt gut oder nicht? War geil. War geil, ja. War geil. Stell dir mal vor, du würdest das jetzt hier in einem Elektroauto machen. Geht ja nicht. Geht auch. Doch, es geht schon. Ja, aber kannst du noch? Ja, ich kann. Boah, meine Beine zittern einfach. Möglicherweise ist mir doch ein bisschen flau. Ja? Ja, aber auf so eine Art und Weise, wo ich mir denke, wenn ich nochmal fahre, ist es besser bestimmt. Also wollen wir noch eine Runde fahren, ja? Ja, unbedingt. Okay. Okay, Track closed. Schade. Oh, wie? Da vorne an der Dings. Jetzt für den Rest des Tages, oder was? Das weiß man immer nicht so ganz genau. Aber ohne Scheiß, Gott sei Dank, haben wir das noch geschafft. Ja. Und ich weiß einfach nicht, ob sie jetzt wieder ausmachen oder nicht. Und was ist jetzt taktisch klüger? Taktisch klüger ist, sich da vorne auf den Parkplatz zu stellen und eine Wurst zu essen. Okay, machen wir. Ich habe schon, also jetzt so ein bisschen, so ein bisschen wie seekrank fühle ich mich gerade. Ja, ich auch. Also ich bin auch gerade ein bisschen geschafft. Dizzy. Dizzy bisschen, bisschen dizzy. Dizzy. Aber wenn ich die ganzen heißen Karren hier sehe. Weißt du, was das Beste ist, was wir jetzt machen? Hm. Damit ihr wieder ein bisschen runterkommt. Eine Cola trinken. Ne, wir machen jetzt hier einen schönen Walkaround und gucken uns die Karren an. Alle, die hier so sind? Ja, aber ich habe ja eben schon gemerkt hier. Ey, guck mal, hast du die Felgen gesehen? Wollen wir ein bisschen Gaffen gehen? Boah, das ist ja daneben ist geil. Boah, ich wollte das mal sagen. Ist das ein R8? Komm, den steigen. Ist das ein R8? Den will ich. Das ist ein R8. Den gucken wir uns jetzt mal an. Also das hier ist euer Style? Also wenn, ne? Wenn ich würde und wenn ich könnte, dann natürlich so. Ich bin übrigens schon mal R8 gefahren, das habe ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen. Ne, das hast du, du bist R6 gefahren. R6, aber R8 auch. Ja. Mit jemand anderem aber. Aber Matthias, das gibt dir doch auch so Nürburgring-Tourismus, ne? Das heißt, du fährst hier hin und kannst dir irgendwo eine Karre ausleihen und dann fahren, oder? Ja, klar. Apex zum Beispiel, der Mischa. Bei dem kannst du die Karren ausleihen. Und zwar richtig coole. Zum Beispiel so eine? Den da nicht jetzt, aber das ist auch ein Show-Auto, ne? Was ist denn ein Show-Auto? Ja, das ist halt... Das ist halt mehr Acht. Mehr Schein als sein. Ist auf jeden Fall ein Zehnzylinder. Das ist schon ein krasses Auto, aber ich sag mal so, äh... Der ist wahrscheinlich schneller auf der Strecke. Warum? Weil er mehr auf Track ausgelegt ist. Der ist komplett ausgeräumt. Den können wir jetzt mal als nächstes angucken. Der hat hier vorne so einen riesengroßen Frontsplitter. Die Luft kommt hier vorne an, fährt hier hoch und drückt das Auto nach unten. Ach krass. Mehr Anpressdruck. Das hat der Acht nichts, wie ihr seht. Ne? Mehr Anpressung. Genau, mehr Anpressung. Hier kommt besser die Luft raus, weil da Löcher in der Haube sind. Ganz vereinfacht gesagt. Guck mal da ins Fenster rein. Und was ist da noch so drin alles? Ja nix, ne? Und was ist mit der Musik? Was ist mit der Musik? Kann man da gar keine Musik hören dann? Wahrscheinlich hat er gar keine, ne? Das ist auch ein schönes Auto. Und jetzt an GTR. Sehr schön. Jetzt sind wir Car-Spotter, ne? Ja. Hey, das ist der, der uns... Hey, das ist der, der aufgefahren ist. Der Prolet. Was? Der Digi hat uns belästigt auf der Landstraße. Ganz nah aufgefahren, ganz nah. Und dann habe ich einfach links überholt. Jetzt rastet sie wieder auf. Das war der Stefanie. Wir wussten das. Wir wussten, dass der das ist. Hinterher, Janka, hinterher. Aber das ist die gleiche Situation wie auf der Autobahn, wo du dich nicht mehr so richtig halten konntest. Janka hat eine kleine Zündschnur. Eine kurze Zündschnur. Und bei 32 Grad wird die noch kürzer. Kann ich euch sagen. Hier, das ist auch ein schöner Porsche. GT4. Wie findest du denn, dass das du jetzt da hast? Der C63, der kommt jetzt auch schon an hier. Ja, ganz geil. Auch schön matt. Der war ganz weit hinter uns gelassen. Ganz weit hinter uns haben wir den gelassen. Warum grüßt ihr immer alle Leute? Ist doch nett. Von der Nettigkeit. Weil wir aus Köln sind. So macht man das nicht. Wir wohnen in einem Dorf. Da grüßt man sich. Da grüßt man sich. Aber nur die mit den coolen Karren. Ja. Ist das eine coole Karre? Nein. Sorry. Hier das hier. Das ist deine Kragenweite. Das ist meine Kragenweite. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Und der da? Wie ist der? Der hat auch so eine Schürze unten. Der hat so ein Stegeisen. Aber ich finde das ist so ein bisschen. Wirkt so als wäre ein bisschen gewollt. Und dann auch hier aus Mettmann. Vorsicht. Wie Vorsicht. Willst du dir die Mercedes mal ein bisschen näher angucken? Willst du mal ein Walkaround machen, Janka? Ich habe Angst, dass der mit dem Dutt dazugehört. So. Okay. Oder meinst du, der steht da schon an seinem Auto? Das ist egal. Das wird trotzdem gucken gehen. Komm Stefan. Wer hier sein Auto nicht angeguckt haben will, der sollte lieber woanders hinfahren. Der kann seine Anpressungsmaschine abhängen. Der kann seine Anpressungsmaschine da unten. Die macht er sich abends übers Bett. Und dann? Ja und dann stellt er da sein Getränk drauf zum Beispiel. Ans Bett. Und die Küchenrolle. Ja. Wenn man grün mag, ne? Geht weiter. Alles klar, let's go. Los, 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 los. Los. Wir müssen weiter. Verdammt. Wir sind in die erste Richtung. We open, we open. Sorry, ich muss hier vorbei. Ich bin zurück, Profis. Okay, let's go, ne? Round two. Okay, Matthias, wir hatten jetzt gesagt. Das erste Mal der McLaren war, McLaren war Level 1. Ja. Das ist Level 2. Was ist Level 3? Ja, keine Ahnung. Es kann halt so schnell jetzt nicht mehr so viel krasser werden, ne? Ist auch besser. Kannst du bitte beide Hände ans Lenkrad nehmen, Matthias? Ja. Viertel vor drei. Hier hinten ist gar nicht so schlimm. Ja? Das merke ich auch gerade. Ja. Hier hinten ist doch easy schniezy. Boah, nur noch 70 Kurven. Die Sitze sind da nicht so bequem wie vor uns. Man kann sich hier... Okay, der Black Series ist jetzt doch nicht so schnell. Naja, weil der nicht fahren kann. Darum. Schauen nicht die Flaschen da hinten? Nein. Ach so, gut. Matthias ist im Flow. Oh Gott. Noch 30 Kurven, dann ist er eingeschlafen. Wie viel PS hat der? 730. Aha. Ist ja gar nicht so mal Dämpfer McLaren. Ach, witzig. Hat er sich extra auf seine Nummer ein Schild gemacht. So sind sie. Aber der ist auch jetzt... Der denkt auch, er wäre schneller. Oh Gott. Oh Gott. Aber die Kurven hinten sind schlimmer. Ja. Also hinten sind Kurven schlimmer. Guck, dass ich was getrunken habe. Mach Platz da, Junge! Ja, er hat den längeren. Er hat einfach den längeren. Das ist das Ringtaxi. Das ist ein Rennauto. Das muss man sofort vorbeilassen. Macht er nicht. Er macht einfach nicht. Aber der 37er, der denkt sich, naja, ich bin schneller. Ja, ja, ja. Trottel. Entschuldigung. Hätte ich gesagt, was wir rausstellen. Schneiden wir raus. Sie hat Trottel gesagt. Wie krass. Wie krass sie einfach ist. Ja. Einfach so rausgehauen. Einfach eiskalt Trott. Einfach eiskalt Trottel gesagt. Cool. Es war ein Vorsichtsbremser. Ich habe das Gefühl, man kann meinen Handschweiß sehen. Ja, bei mir auch. Ich schwitze auch gerade. Hier hinten schwitzt man aber auch nicht vor einer Hand. Hör auf zu sagen, dass du Handschweiß hast. Oh mein Gott. Boah. Warum quietschen die Bremsen so? Weil die gerade belastet sind. Das ist ein gutes Zeichen, Steffi. Ja. Das ist ein gutes Funktionieren. Gibst du dem Lichthupe? Der weiß überhaupt gar nicht, wo es lang geht. Das ist keine Parade hier. Was ist das für ein Trottel? Hab ich schon wieder gesagt. Matthias, lass dich nicht provozieren. Mach ich auch nicht. Ich bin sehr, sehr ruhig. Ich auch. Aber die da vorne rafft es auch nicht so richtig, ne? Ne, er fährt aber auch nicht vorbei. Oh, da saß Gerhard Schröder in dem Golf, glaube ich. Der sah genau so aus. Was ist denn mit euch? Ja, die Typen haben alle einen Helm auf und wissen nicht mehr, was sie machen. Das ist unfassbar. Ich freue mich schon richtig aufs Karussell. Oh Gott. Hier hinten ist da. Also irgendwie ist es mir nicht sicher, was schlimmer ist. Jan Kami, du bist ganz ruhig. Ich überleg mir gerade, was wir da vorne mit dem Black Series Fahrer machen, wenn wir den aus dem Auto ziehen. Du Klappstuhl, setz dich jetzt neben Matthias und dann zeigen wir dir mal, wie man hier fährt. Und wenn ich dir Lichthufe gebe, fährst du recht ran. Oh, was ist denn mit denen? Alter. Puh, der TÜV reicht noch bis April. Mann, Junge, ey. Matthias. Irgendwann muss ich den ja mal überholen. Dankeschön. Also, sorry. Danke. Wann ist das Karussell? Kommt gleich. Juhu. Jetzt ist erstmal Ex-Mühle. Wann kann ich einmal winken? Hi. Boah, die Car-Spotter einfach. Boah, das macht mich richtig fettig gerade. Ich habe so Bock. Sehr wahrscheinlich schicken die Jungs gleich wieder Fotos auf mein Instagram. Da hätten wir... Welche Jungs? Ja, die Car-Spotter halt. Echt? Ja, ja. Ich habe dich gesehen. Echt? Erkennen die dich? Du kannst dir ein altes Foto kaufen, weißt du? Oh. Wuhu. Woran merkt man, dass man eine Angina pectoris hat? Was ist eine Angina pectoris? Irgendwas im Hals. Ich glaube, so eine Brustenge. Oh, Gott. Boah, ich schwitze. Boah, ich schwitze auch hart. Guck mal, der kann es, ne? Der Mini-Fahrer kann es. Wuhuuu. Suzuki. Oh, boah. Fahren wir schneller als gerade? Was? Fahren wir schneller als gerade? Ja, weil in der ersten Runde. Nee. Also, wir haben alle Streckenabschnitte sicher. Weil ja immer wieder fahren kann und dann kann man wieder nicht fahren. Oh, Gott. Ach, die Holländer sind auch überall. Oh ja, das ist auch so ein Rennenauto, das man sich ausleihen kann. Warum mit Luxemburger Kennzeichen? Ist das so nah? Das ist wahrscheinlich günstiger. Das ist eine sehr gute Idee, Leute. Oh, Matthias! Mann, ey, wir wollten nur um das Karussell driften. Der Z4 hat es uns voll verdorben. Fort mit mir. Steffi, soll ich lieber anhalten oder langsamer fahren? Wir haben doch keinen Fall. Wir haben doch gesagt, was das Safe-Word ist. Am Pepp. Mal auf das Safe-Word zu sagen. Ich sag einfach nichts mehr. Ich genieße nur noch, Matthias. Alter, das ist so krass. Ich lass mich einfach jetzt mal mit den Kräften... Oh, das ist schon ganz schön anstrengend. Heieieieiei! Wer hat denn hier mit Mahlkreide auf der Strecke hantiert? Oh! Das war doch Absicht! Ja, weil ich bremsen muss halt. Das ist die sogenannte Eiskurve. Ja! Merk mal! Waren wir schon an diesem tiefsten Punkt? Ja. Oh, schade. Achtung, Steffi, Achtung! Es ist einfach sensationell! Es sind sehr viele Kurven! Boah, ich hab so ein steifes Handgelenk, ey! Achtung! Achtung! Boah! Es ist schön, wenn man frei ist, ne? Geil! Super! Lass noch mal buchen! Wie viel kostet das, wenn man ganz alleine sein will? Matthias hat doch die Jahreskarte! Ach so, 25.000! Nee! Mehr? Das reicht nicht! Ja, schalten Sie aber mal! Das ist wichtig jetzt! Alles gut? Ja, ich mach nur ein bisschen kälter. Also Janky, du weißt schon, dass du jetzt recht dran bist, ne? Ja, du leitest mich hier durch! Also willst du ja? Wenn du mir das zutraust, ziehen wir es durch! Wenn du an mich glaubst, tue ich es auch, Matthias! Oh, gut! Sind wir schon durch? Ja! Dörtinger Höhe! Da oben ist die Glückwung! Seht ihr? Holy shit, ey! Holy shit, ey! Ja, Track close! Achtung, meine Beuteilung! Bitte machen Sie die Einfahrt in 2! Puh! Was denn? Körper... Also... Durchgerüttelt! Geschüttelt, nicht gerührt! Jetzt nur eine Pommes, ne? Puh! Jetzt nur eine Pommes, dann nachher lieber! Aber ich bin ein bisschen flatterig! Ja, ich auch! Guck mal hier! M2 mit so einem Semislinkreifen! Siehst du das, die Reifen, wie die aussehen? Ja! Wir haben gar kein Profil! Das sind dann Enzimislinkreifen und das Ding hat Traktion ohne Ende! Matthias, wir haben übrigens vorhin den Nürnburg-Ring-Rohrschacht-Test gemacht! Also was siehst du? Und jetzt ist die Frage, was siehst du, Matthias? Wenn du dieses Bild siehst? Wenn ich dieses Bild sehe, was sehe ich dann? Und das ist so Psychotest, oder? Also ich sehe, ich habe jetzt wirklich, als du das erste Mal gefragt hast, ich habe drauf geguckt, habe ich einen Teufel gesehen! Interessant! So, weißt du, da oben rechts das eine Teufelchen, also dieses Hörnchen da, wo sind meine Finger da? Oh Gott! Da das eine Hörnchen, das andere und da unten ist halt irgendwas, aber... Und hier so? Okay, das sieht aus wie so ein ganz ekliger Fisch, wie so ein dicker Kugelfisch oder so, mit so einer Schnute vorne! Ja, ich sehe gerade noch was anderes! Und dann hinten, zumindest auf dem kleinen Bild, das ich hatte, sah das aus wie so ein kleiner Nacktmullschwanz, der dann noch irgendwie hinten dranhängt! Nacktmulle haben, glaube ich, keine Schwänze! Aber wenn ich jetzt hier so näher gucke, das ist ein Frauenbein, was da so runterhängt! Ohlala! So! Die Grand Prix-Strecke, so! Hast du gerade gegen das Auto getreten? Nein, nein! Ich bin gestolpert! Das ist ein Frauenbein unten mit einem Fuß! Das da unten ist ein Frauenbein mit einem Fuß, das stimmt! Das könnte es sein, ja! Ich habe gesagt, das sieht aus wie der Rüssel von hier, Ottos, Ottifanten, weißt du? Genau! Diese Elefanten, die haben immer diese Krüppelrüssel! Und ich sage dir, die Nordschleife ist Mr. Burns von den Simpsons! Wir haben vorne diese hackige Nase und dann diese lange Schnute! Das stimmt, ja! Weißt du, wenn man das so hält, ne? Ja! Dann könnte das auch so ein Keiler sein! Ja, habe ich gesagt! Ich habe gesagt Wildschwein! Wildschwein! Aber was sagt das jetzt über uns als Psychokläuse aus? Super! Klug vor allem! Klug! Intelligent! Ja, da gucken wir nachher ins Manual! Ja, alles klar! Na, ich musste mal fragen, ob er dir mal die Flügeltür aufmacht, Janki! Geh mal hin! Geh mal hin, frag ihn mal! Das heißt Scherentüren! Mach mal bitte! Das sind Flügeltüren! Ja? Mach mal bitte! Dankeschön! Ohne Quatsch, frag ihn mal, ob er die Tür mal aufmacht, damit wir das mal sehen! Ey, Janka, das wird nichts! Darf ich einmal sehen, wie die Tür aufgeht? Geile Karre! Flügel! 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 Hör mal! Beide! Guck mal von hinten! Moment! Wunderschön! Geil! Geil! Recht herzlichen Dank! Danke! Viel Spaß! Danke! Flügelscherentüren, was soll es denn? Muss man sich ja immer abschnallen, wenn man die Tür zumachen will! Sorry! Was ist mit dir, Junge? Schön oder nicht schön? Megaschön! Megaschön? Also stell dir das mal unter einer Brücke vor! Tunnel, Brücke! Tunnel, Brücke! Was ist es? Tunnel, Brücke! Also Mädels, ich sag mal so, ich glaube, wir müssen enttäuschenderweise dieses Video hier beenden! Der Track macht heute nicht mehr auf! Das endet! Aber jetzt mal ganz im Ernst! Hat euch das gefallen hier? Mega! Ganz mega krass! Also jetzt mal nicht nur das Fahren! Also wie fandet ihr das Fahren? Geil! Wie du gefahren bist? Einfach das Fahren! Ich sollte mich nicht bewerten, sondern einfach nur... War einfach halt ein krasses Erlebnis! Aber ihr wart stiller als sonst! Ja, weil ich angespannter war! Ja, ich auch! Aber ich hatte weniger Angst! Ich hatte keine Angst! Es hat mich gestresst! Weil ich einfach körperlich so krass angespannt ist! Ja! Aber es war schöner! Ja! Als auf der Straße! Ja! Auf jeden Fall! Das war nicht so ein ganz klares Ja! Ich würde es nochmal machen mit einem schnelleren Auto! Ja! Ja! Natürlich! Natürlich! Noch ein schnelleres Auto! Kein Problem! Okay! Aber Nordschleife an sich! Also wir waren ja auch bei dem Thema Elektroauto Ladies! Ihr steht jetzt hier! Alles stinkt! Alles ist laut! Die Leute rasten aus! Lassen ihre Ausrufe knallen! Und ihr sagt, es ist schön! Ja, hab ich nicht gesagt! Doch! Ich hab gesagt, das Fahren hat Spaß gemacht! Ja! Hab ich ein bisschen gestresst! Aber diesen ganzen Zirkus hier, ne? Ja! Brauchst du nicht! Brauch ich nicht! Das ist halt ein Hobby! Das ist ein Motorsport! Ich kann schon verstehen, was die Leute halt daran geil finden! Und wenn es halt knallt, wenn er um die Kurve fährt, geht ihm einer ab! Ja, ihm! Warum nicht? Ja, genau! Warum nicht? Das ist halt ein Ego-Ding, ne? Jetzt fangen wir wieder mit dem Zeug an! Das war so ein schönes Schlusswort von der Jaka! Ruhe jetzt! Danke fürs Zugucken! Ciao! Viel Grün! Ciao! Ich sagte sie, während sie in der grünen Hölle stand! Sehr schön! Wirklich, die grüne Hölle! Danke euch Mädels! Tschö! Ciao! Okay Leute! Wenn euch das gefallen hat, auf gar keinen Fall diesen Kanal abonnieren und kein Like dalassen! Schaut mal vorbei, wenn ihr die Nordschleife auch mögt! Ist immer eine Reise wert! Alles klar! Ich sage euch nicht! So ist es eine Reise! dass ihr das macheabe? Ich sage euch nicht! Es ist eine Reise! Es ist eine Reise! Und das! Und der zdrow?